Willkommen zurück bei Bildungshacks, ein Format der Werkstatt der Bundeszentrale für politische Bildung. Heute geht es darum, wie sogenannte Content-Creator Einfluss auf den Nachrichtenkonsum von jungen Menschen nehmen und wie ihr darauf im Unterricht reagieren könnt. Denn Aktivismus, Journalismus und Werbung lassen sich in sozialen Netzwerken nicht immer leicht voneinander unterscheiden. Auf Instagram, YouTube, TikTok und Co. stehen in der Regel Einzelpersonen im Vordergrund, die eine enorme Bandbreite an Formaten abdecken können. Es kann also durchaus vorkommen, dass ein und dieselbe Person in einem Beitrag Werbung für Lifestyle-Produkte macht und im nächsten Post für eine klare politische Position wirbt. Es gibt einen enormen Graubereich zwischen den verschiedenen Beitragsarten. Für Werbung gilt in Deutschland für Influencerinnen und Influencer grundsätzlich die Kennzeichnungspflicht, die es ihren Followern erleichtern soll, Kooperationen mit Werbepartnern zu erkennen. Ein Problem, auch journalistische Kurzvideos können auf Social Media den gleichen Look haben wie aktivistische Posts und Meinungsbeiträge. Journalistische Inhalte tauchen beim Scrollen zwischen den Beiträgen von Influencerinnen und Influencern auf, sodass die Differenzierung für junge User, was ist ein seriöses Medium, was nicht, erschwert wird. Leonie Wunderlich hat sich im Rahmen der Use the News-Studie mit der Frage beschäftigt, wie junge Menschen Content-Creator wahrnehmen. Wie unterscheidet sich die Art der Vermittlung durch Influencerinnen und Influencer im Vergleich zu anderweitigen Informationsangeboten in Social Media? Bei Nachrichtenanbietern steht der Inhalt im Fokus, meist mit gesamtgesellschaftlicher Relevanz. Bei Social Media Content Creators muss man zunächst unterscheiden. Es gibt auf der einen Seite themenfokussierte Akteure wie Teaching Finance oder Herr Anwalt, die sich als Experten in einem bestimmten Bereich etabliert haben. Und es gibt auf der anderen Seite Influencerinnen, die eher im Bereich Mode, Beauty, Fitness, Sport unterwegs sind, ihre eigene Meinung aber zu politischen Großereignissen wie beispielsweise der Coronavirus-Pandemie oder dem Abtreibungsverbot in den USA äußern. Im Gegensatz zu Nachrichtenanbietern wird die Kommunikation über Influencer und Influencerinnen in der Regel als nahbar wahrgenommen. Ihre Perspektive auf Politik ist eine, die zwar als subjektiv wahrgenommen wird, mit der sich junge Menschen aber identifizieren können. Nachrichtenanbieter genießen dagegen einen sehr viel größeren Vertrauensvorschuss und werden auch als seriöse Quelle für politische Informationen wahrgenommen. Das Problem ist allerdings, dass ihre Inhalte bzw. die Art der Darstellung jungen Menschen oft nicht anspricht. Informationen von Content-Creatoren sind leicht verständlich und auch zugänglicher für Jugendliche. Aber sie sind oft stark subjektiv gefärbt. Welche Herausforderungen birgt das zum Beispiel für den Politikunterricht? Junge Menschen sollten darin geschult werden, wie man richtig recherchiert und worauf es zu achten gilt. Dabei sind zwei Dinge wichtig. Zum einen die Selbstreflexion, das heißt das eigene Nutzungsverhalten in sozialen Medien kritisch zu hinterfragen. Und zum anderen die Wissensvermittlung. Was gehört zu den Arbeitsweisen und zu den Sorgfaltspflichten des professionellen Journalismus? Und wie kann man darüber zu einer Einschätzung gelangen, welche Quellen eigentlich vertrauenswürdig bzw. glaubwürdig sind? Heutzutage bringt es nicht mehr viel, Printzeitungen auf den Tisch zu legen und zu erklären, dass es Unterschiede zwischen Meinungs- und Berichtstücken gibt. Junge Menschen lernen die Social-Media-Dynamiken eher durch lebensnahe Videoprojekte, wo sie sich selbst einbringen und etwas lernen können. Es ergibt also wenig Sinn, Influencerinnen und Influencer als Informationsquelle für Lernende per se als unseriös abzutun. Vielmehr müssen junge Menschen dabei unterstützt werden, die Aussagen ihrer Internet-Vorbilder richtig einzuordnen und kritisch zu hinterfragen. Wenn zum Beispiel eine Beauty-Influencerin auch zum kritischen Nachdenken über aktuelle politische Themen anregt, dann ist es gut und macht es umso wichtiger, dass Schülerinnen und Schüler im Unterricht lernen, diese Perspektive als eine von vielen einzuordnen und wissen, wo sie sich noch umfassender informieren können. Das war es auch schon wieder mit Bildungshacks. Das nächste Mal liefern wir euch Tipps für gendersensible digitale Bildung. Bis dahin klickt euch gern durch weitere Beiträge der Werkstatt auf unserer Website, bei Twitter, Instagram oder Mastodon.